Musik Hallo Kinder, ich habe ein tolles neues Buch. Wollt ihr das mit mir lesen? Hey Lilly, ich wollte das mit dir lesen. Gerne. Das handelt vom Straßenverkehr. Oh cool! Dieses Schild kenne ich. Das ist doch auf dem Weg zu unserem Kindergarten, am Zebrastreifen. Es zeigt, dass die Straße über den Zebrastreifen sicher überquert werden kann. Kennst du dieses Schild auch? Spielen die Kinder dort etwa auf der Straße Ball? Das ist gefährlich. Du hast recht, Lars, aber das ist eine Spielstraße. Da dürfen Kinder ausnahmsweise auf der Straße spielen. Vorsichtig sollte man aber trotzdem sein. Was bedeutet denn das andere blaue Schild? Das ist ein Fußgängerschild. Wege mit diesen Zeichen sind zum Spazieren geeignet. Weißt du auch, was dieses Schild bedeutet? Nein, aber ich weiß, dass es eine Warnung ist. Rot heißt nämlich Achtung. Genau, das ist ein Stoppschild. Bei dem müssen alle Autos stehen bleiben. Ich mache mir so ein Schild an meine Zimmertür. Da müssen alle davor stehen bleiben und ich darf entscheiden, wer in mein Zimmer reinkommt. Gute Idee. Das Schild kennst du aber auch, oder? Das ist ein Haltestellenschild. Da hält der Bus dann immer, wenn wir ins Schwimmbad fahren wollen. Genau. Ich würde gerne mal wieder mit dem Bus fahren, Lilly. Ich auch. Ich würde gerne mal wieder mit dem Bus fahren.